Und damit moin moin und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Last of Us Part 2. Noch mehr Medipacks. Hier liegt so viel Scheiße rum. Ich hätte gerade mein komplettes Inventar auffüllen können, wenn es nicht schon voll wäre. Warum öffnest du die Schublade so hektisch, Ellie? Also ich glaube, jetzt kommt gleich ein richtig heftiger Fight, weil das Spiel gerade dafür sorgt, dass alle meine Taschen voll sind. Und irgendwie gefällt mir das gerade überhaupt nicht. Aber überhaupt nicht. Weil ich schon bei kleineren Fights... Hier liegt sogar noch ein Gewehr, falls man noch keins gefunden hat. Weil ich schon bei kleineren Fights mächtig auf die Schnauze gekriegt habe jetzt in letzter Zeit. Ach so, hier ist die Treppe. Lag hier noch was? Ne. Gerade am überlegen, hier gibt es noch unten einen Bereich, aber da waren wir doch noch nicht. Bin am überlegen, ob man da noch hin kann gleich. Doch, doch, da waren wir. Klar, da unten liegen die Dudes. Da sind wir hochgeklettert. Ich bin Gamer, ich weiß, was zu tun ist. Natürlich bin ich vorsichtig. Ich bin immer vorsichtig. Vorsichtig ist mein zweiter Name. Fehlt jetzt nur, dass ich irgendwie durch den Boden durchfalle oder so. War da noch was zum Einsammeln? Oder war das wieder nur so ein Lichteffekt? Oh nein. Da wollte ich noch gar nicht rein. Ich bin nämlich noch nicht fertig mit umgucken. Das wird gleich so brutal. Okay, sieht aus, als hätten wir hier erstmal alles. Hier ist ein Radio an. Gucken wir uns gleich an. Noch mehr Schrotmunition, auch sehr gut. Alter Schwede, ich werde hier so eingedeckt. Die Tür brauche ich wohl nicht benutzen. Noch mehr Schnappes. Alter Schwede. Das gefällt mir so gar nicht. Cutscene. Das ist jetzt ärgerlich. Das ist sie. Lea. Sicher? Ja. Das Universum war wirklich gegen sie. Sie hat nichts dabei. Dina. Da sind sie alle. Nein, warte. Das ist bei Jackson. Schau mal, wie beschissen sie lächeln. Das ist sie. Die hat ihn umgebracht. Drei erledigt, ja? Drei erledigt. Drei erledigt. Drei, bitte melden. Begleitet Einheit India zum TV-Sender. Wiederhole. Begleitet Einheit India. Ja, wir sollten hier weg. Okay, ich glaube, jetzt geht es so langsam los. Na ja. Sie ist tot. Wie geht es dir? Ich ärgere mich, wenn wir nicht mit ihr reden konnten. Ja. Aber sie hat Joan nichts getan. Shit. Verdammt. Am liebsten würde ich einfach hier runterspringen, ne? Das ist zu hoch, das tut weh. Da drüben. Vorsicht. Wo ist da drüben? Oh. 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 Und Nummer 1. Was zum? Und Nummer 2. An genau derselben Stelle. Da scheint keiner mehr zu kommen, da einer geht nach unten und einer steht hier vorne. Oh nein. Oh ja. Das läuft tatsächlich gerade recht gut, was ich hier mache. Warum grenzt die denn da? Das war knapp, das war richtig knapp. Dreh dich um, du Saftsack. Ach shit. Und wie hier jemand ist. Oh, das ist alles gerade so ein bisschen Adrenalin mäßig hier. Das Problem, was ich allerdings habe, hatte ich ja das letzte Mal schon gemerkt. Sobald ich auf einen schieße, wissen alle, wo ich bin. Was ja eigentlich unrealistisch ist. Wenn ich jemanden jetzt direkt meinen Kopfschuss weghole, können die anderen ja nicht wissen, wo ich bin. Aber die kennen meine genaue Position ab dann. Oh, 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 oh. Gibt's was Neues? Das da hinten ist die dümmste Person in dem ganzen Spiel, glaube ich. Geht mir aus dem Weg. Nicht zu mir drehen. Nicht zu mir. Jetzt. Haha. Oh mein Gott, es läuft gut. Es läuft richtig gut. Ein Messer. Ne, da ist meins immer noch besser, weil deren Waffen immer alle schon angekratzt sind. Da drüben geht jemand hoch. Ich weiß halt auch nicht, wie viele jetzt noch leben. Aber wir besuchen mal die Person, die gerade meint, da drüben hochkommen zu müssen. Na, was hast du vor? Ich kann dir sagen, was du vor hast. Sterben. Es gibt ja aber noch jemanden. Ich habe noch eine Stimme gehört. Da. Da. Verdammter Mist. Batman. Zack. So habe ich sie jetzt alle. Kein Schussverbrauch, kein Leben verloren. Easy. Woh lang? Wo bist du? Könnt ich die so sehen? Da unten. Die wird mir ja cool angezeigt. Der gute alte Hinterausgang. Ich weiß nicht, ob hier noch was liegt. Ich muss wieder gucken. Sieht aber nicht so aus. Ich weiß nicht, ob hier noch was ist. Da ich gerade einen Double-Kill gemacht? Warum sollte man noch nicht einfach mal zwei Leute mit einer Kugel erwischen? Ich glaube nicht. Leben kriegt ihr mich nie, Schweine. Und tot auch nicht. Oh, fuck. Lina, Beeilung! Eindringling ist da drüben! Hören die Türen ab? Keine Ahnung, schießen einfach! Nicht still sein! Wir müssen abschütteln! Das war's! Oh, shit! Oh, shit! Sehr schön. Das reicht fürs Erste. Weiter! Äh... Da lang. Jetzt leg dich hin. Leg dich hin! Ja, ich bin noch auf dem Weg, Mensch. Kommen wir hier durch? Ich hoffe, da geht's durch. Das hoffe ich auch. Ich weiß. Weil so ein komisches Drehkreuz bedeutet meistens, rückwärts geht's nicht mehr. Lüftungsgitter. Da lang. Ich möchte gerne meine Taschenlappe ausmachen. Was machen die denn jetzt hier? Alter, wieso ist denn das so wichtig, uns zu kriegen? Echt so, überlasst uns einfach den Infizierten. Ich kann mich hier nicht mal richtig verstecken. Ich bin noch nicht. Ich bin noch nicht geral. Nächstes irgendwas hat sie ausgesprungen! Hören Sie die Daas, Lecher! Ich bin noch nicht. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Also entweder töten die jetzt, also die Gegner, die Infizierten, oder die Infizierten die Gegner. Aber auf jeden Fall habe ich ein Problem, gleich weniger. Solange mich jetzt hier keiner sieht. Auf jeden Fall war das von mir ein sehr schlauer Schachzug. Es ist nur nicht ersichtlich, wer gerade gewinnt hier. Hier. Irgendwie gewinnt hier nämlich gerade keiner und das ist gerade ein ziemlich großes Problem. Und ich selber will jetzt gerade nicht schießen, weil dann habe ich ein richtig großes Problem. Ja, das ist einmal schon mal weniger. Sehr schön. Ich habe so das blöde Gefühl, jetzt schon zu wissen, wer übrig bleibt. Ich habe so das blöde, dass ich das blöde headphones. Und ich habe so das blöde. Ich habe so das blöde, wenn ich die Böde habe, aber auch so lange nicht. Und ich habe so das blöde, wenn ich meinen, meine, mit dem hohen. Ich habe so aus dem Gegrüß gemacht. ich habe ja irgendwie noch hoffnung dass der noch geholt wird aber sonst muss ich den selber holen dann ist das so und jetzt die anderen beiden noch ok einer muss ja eigentlich noch gewesen sein aber das kann man ja herausfinden eigentlich meine ich nicht den es klingt so als wenn hier keine klicker mehr sind ok das müsste das wollte ich auch dort habe mir alles geschnappt ich will hier weg hier hoch geht es nicht hier sind die anderen auch irgendwo her gekommen hier mir gefallen dieses sounds überhaupt nicht aber das ganze ding mit dem schleichen und so funktioniert jetzt mittlerweile schon wesentlich besser eine wichtige notiz jules wodurch wer are you ach hier der sound gefällt mir schon wieder nicht der dude liegt da noch nicht lange gut aber den nächsten raum betreten wir im nächsten part von the last of us part 2 ich beende diesmal ein kleines bisschen früher dafür geht vielleicht der nächste part ein kleines bisschen länger ich bedanke mich wie immer fürs zusehen bis zum nächsten mal und tschüss bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal